Musik Wir befinden uns hier im Werksviertel München und sehen hier ein ganz außergewöhnliches Beispiel von einer langfristigen Transformation von einem Industriegebiet in einen erfrischend, durchmischten und lebendigen Stadtteil. Ursprünglich sollte dieses Areal von seiner Zwischennutzung als Kunstpark Ost in eine ganz klassische, dauerhafte Nutzung überführt werden, ganz unabhängig von den vorhandenen Bestandsstrukturen. Man kann fast von Glück sprechen, dass diese Pläne nicht umgesetzt wurden und stattdessen begann ein langfristig angesetzter Planungsprozess, der das schier unvorstellbare Möglichkeit gemacht hat. Die Planungsparameter, die zuerst unvereinbar schienen, sind schrittweise in ein Gesamtprinzip überführt worden. Das Ergebnis, das wir hier sehen, ist ein gut eingebundenes, lebendiges, urbanes Quartier, wo neben Wohnen, Handel und Gewerbe auch Freizeit, Veranstaltung und Kultur stattfindet. Und so ist hier so fast jeder Tages- und Nachtzeit ein wirklich lebendiger Ort entstanden. Die öffentlichen Räume hier tragen und verbinden diese ganz unterschiedlichen Strukturen. Sie kommunizieren einerseits mit dem Bestand und vermitteln zu den ergänzten Strukturen. Und die öffentlichen Räume erzählen auch ein Teil der Geschichte dieses Werksviertels. Nicht zuletzt sind zum Beispiel die aufwändigen Entwässerungsstrukturen nun Teil des Regenwassermanagements. Ein ganz besonderes Augenmerk ist auf die Nutzung der bestehenden Gebäudestrukturen zu lenken, denn lang bevor noch Sanierung statt Abriss in allem Munde war, wurden hier Gebäude kernsaniert und völlig neuen Nützungen zugeführt. Möglich war das durch das unermüdliche Engagement von Steidler Architekten im Zusammenspiel mit dem Planungsreferat der Stadt München und natürlich nicht zuletzt mit den EigentümerInnen. Das Werksviertel Mitte ist also eigentlich ein kleines Wunder und zeigt, was entstehen kann, wenn sich die beteiligten Akteure auf ganz ungewohnte Wege einlassen. Wenn, wir这样 abkommen, dann sehen wir auch noch nicht. Wie sieht es aus? Ja. So? 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 So wie skal man das noch mal erneut?